Freunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Hier geht es jetzt darum, dass ich mir mal ein bisschen Luft machen muss, weil ich bin wirklich stocksauer. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe schon viel im Netz bestellt und Verträge abgeschlossen. Aber sowas Unterirdisches, das kann man gar nicht anders sagen, habe ich noch nicht erlebt. Und ich hätte nicht erwartet, dass ich das von jemandem erlebe oder von einer Firma erlebe, weil eigentlich war ich vom Herrn Elon Musk bis jetzt ja so von dem, was er tut, relativ, was heißt, überzeugt. Ich fand es beeindruckend, was er auf die Beine gestellt hat. Aber wenn ich diese Scheiße hier sehe, das kann man wirklich niemandem anbieten, aber gar niemandem kann man das anbieten, dann denke ich mir, Junge, du kannst Raketen nach oben schießen, so. Aber das kriegst du nicht hin? Das kriegst du nicht hin? So, ich erzähle euch mal, was es hier geht. Also, ich habe Starlink geordert, das ist das Satelliten-Internet von SpaceX. Und wir fahren ja auf der Weltreise auch in Ecken rum, wo wir kein vernünftiges Internet haben werden. Entschuldigt übrigens die Stimme, ich bin schon wieder erkältet. Und da brauchen wir irgendetwas, wo wir von unterwegs aus arbeiten können, die Kinder Homeschooling machen können und so weiter. Wir brauchen auch in den Ecken, wo es kein LTE gibt, brauchen wir irgendein Internet. Das ist einfach notwendig. Deswegen dachte ich, hey, die sind ja alle, man sieht ja die ganzen YouTube-Videos von Starlink, das ist ja alles, die sind ja alle so begeistert halt. Die sind ja alle sowas von begeistert, das ist ja alle so super. Aber da kommst du ja gar nicht auf die Idee, dass da irgendwas nicht gut sein könnte. Das scheint ja wirklich eine durchdachte gute Sache zu sein. Also bestellt, muss natürlich gleich erst einmal geldlos werden. Gab es direkt beim ersten Bestellvorgang, weil irgendwie die Internetseite ist total komisch. Das ist alles nicht richtig durchdacht. Der Programmierer, ich weiß nicht, ob das der Praktikant gemacht hat. Es gibt überhaupt keine Gegenprüfungen im System. Da sind so viele Fehler drin in dieser Webseite, in diesem Software-System von Starlink, wo man sich denkt, die könnten tausendmal weniger Arbeit haben, wenn das schon mal ordentlich gemacht wäre halt. So, da wurden schon mal irgendwie 400 Euro abgebucht. 473, die gar nicht hätten abgebucht werden können, beziehungsweise die schon längst hätte wiederbekommen müssen. Das ist natürlich nicht passiert. Also musste ich nochmal bestellen. Ich bin jetzt insgesamt über 1000 Euro schon los und es funktioniert nichts. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Starlink kam bei mir an in der Kiste, relativ schnell. Ich habe das ausgepackt, aufgebaut und dann stand in der App, dass mein Account nicht mit meiner Schüssel verbunden ist. Bei Starlink ist es wichtig, dass die Schüssel, die hat eine Seriennummer und eine Kit-ID, die muss mit deinem Account verknüpft sein. Das ist quasi die Authentifizierung, die Identifizierung wie eine SIM-Karte zum Beispiel. Das muss verknüpft sein. Wenn es das nicht ist, hat das Ding zwar Empfang zum Satelliten, aber du kannst darüber nicht surfen, bis das Problem nicht behoben ist. Und du selber als Nutzer kannst das Problem nicht beheben. Es geht einfach nicht. Ich zeige euch das hier mal. Insgesamt mit einem Starlink-Account. Ich habe jetzt unzählige Stunden Recherchearbeit und Rumprobieren reingesteckt und Tickets schreiben, um das Problem zu beheben. Es geht aber nicht. So, ich nehme euch mal kurz hier mit auf meinen Bildschirm. Eine Sekunde. So, jetzt haben wir hier schon mal das Kernproblem. So, du hast jetzt hier das Starlink-Portal. Darüber läuft alles. Du hast die App und das Portal. Sonst gibt es nichts. Es gibt keine E-Mail, wo du dann schreiben kannst, keine Telefonnummer, keine Ansprechpartner, gar nichts. So, du hast nur diese Internetseite, über die du alles machen kannst. Hier sieht man jetzt schon das Problem. Hier steht René ihres Starlinks und da steht Versand wird vorbereitet. So, das ist schon das erste Problem. Starlink hat nicht erkannt, dass meine Schüssel schon da ist. Und das sieht man hier auch auf der nächsten Seite. Eine Sekunde. Hier sieht man, dass Geräte, es sind noch keine Starlink-Geräte zugeordnet, ihre Geräte werden nach dem Versand hier angezeigt. So, und das ist das Problem. Starlink muss hier bei mir angezeigt werden. Meine Schüssel, Entschuldigung. Meine Schüssel muss hier unten angezeigt werden. So, und quasi Starlink weiß nicht, dass meine Schüssel schon versandt ist, bei mir angekommen ist und es steht hier nichts drin. Das Problem kannst du als Nutzer auf dieser Plattform nicht fixen. So, ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, hier Stornierung und Rückerstattung anfordern. Normalerweise hast du bei Starlink ein 30-Tage-Rückgaberecht. Wollte ich machen, ich dachte, schickst du alles wieder zurück, bestellst es nochmal über einen anderen Account neu, dass dann vielleicht der Fehler, der hier passiert ist mit der Verknüpfung, dass der dann beim nächsten Mal klappt, dass da alles richtig läuft. Ja, kannst du nicht. Du kannst es hier auf Stornieren und Rückerstattung kannst du gerne drücken, aber das Problem ist einfach, dass nichts passieren wird. Du wirst einfach, da kommt einfach eine Fehlermeldung, dass das nicht geht. Weil es ist ja noch nichts da, was ich stornieren kann, weil offiziell habe ich meinen Starlink ja nicht bekommen. Habe ich aber. So, jetzt sieht man hier auch die Zahlungshistorie. Ich habe jetzt bezahlt, zweimal 473, das ist wie gesagt eine Fehlbuchung. Es ist längst gecancelt, sollte eigentlich längst zurückgebucht sein, ist es nicht. Das Geld ist jetzt bis jetzt weg. So, und dann kam gestern, oder wann das war, sollte ich nochmal 100 Euro bezahlen. Ich dachte, okay, vielleicht der Account muss ja auch gedeckt sein finanziell. Sonst funktioniert das ja auch nicht, sonst sperren sie dich ja auch. So, habe ich die 100 Euro nochmal bezahlt. Es geht aber natürlich immer noch nicht und jetzt steht hier links oben schon wieder fälliger Betrag 100 Euro. Jetzt soll ich schon wieder 100 Euro bezahlen für etwas, was nicht funktioniert. So, okay, diese nicht funktionierende Plattform, das ist eine Sache. Was habe ich denn noch an Tabs offen? Genau, diese nicht funktionierende Sache ist das eine. Das finde ich gar nicht so schlimm. Gerade so eine Anfangsphase, wenn man was entwickelt. Und der Kunde wird ja immer mehr zum Beta-Tester, das ist ja auch bei Autos so am Computer erstellt. Und der Kunde darf es dann bei der Fahrt mit seinem eigenen Geld testen. So, und das ist ja wahrscheinlich hier nicht anders, einfach um Kosten zu sparen. Ist alles soweit für mich noch okay. Aber dann muss ich doch einen Support anbieten, der reagiert. Dann muss ich doch dem Nutzer, wenn ich weiß, dass mein System so ein Scheißdreck ist, so, dann muss ich doch dem Nutzer die Möglichkeit geben, dass der Hilfe bekommen kann, dass es funktioniert. Ansonsten ist das doch nicht zuverlässig. Du kaufst sowas für die Arbeit, für unterwegs, für was auch immer oder als einzige Verbindung auf dem Land. Und egal, ob es direkt von Anfang an nicht funktioniert oder irgendwann mittendrin ein Problem gibt, du hast halt einfach niemanden, der dir hilft. Du hast bei Starlink hier dieses nette Ticketsystem. So, man sieht, ich habe hier unzählige Tickets schon eröffnet. So, das erste ist vom 21. So, da hatte ich irgendwie eine Standardfrage vor dem Kauf, wo ich den Account angelegt habe. Da habe ich eine Antwort gekriegt. Aber auf meine technischen Probleme habe ich bis heute keine einzige Antwort gekriegt. Und man sieht, wie viele ich hier aufgemacht habe. Und immer, wenn du Neues aufmachst, wird automatisch vom System das alte Ticket geschlossen. Ich habe halt in diversen Reddit-Forum gelesen, dass man auch mal ein neues Ticket aufmachen soll, weil die innerhalb von ein, zwei Tagen reagieren müssen. Ansonsten wird da nicht viel passieren. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich seit dem 21. quasi, also wo ich dann das erste Mal ein richtiges Problem dann hatte, ein Ticket erstellt habe, dass ich keine Antwort bekommen habe. Ich bekomme keine Antwort von denen. Davon abgesehen, dass es gar keine offizielle Möglichkeit gibt, so ein Ticket zu erstellen. Also so ein Ticket ist einfach, dass du quasi in dem System eine E-Mail hinschickst, sozusagen mit deinem Problem, dass dir jemand hilft. So, und das ist schon mal so versteckt auf der Starlink-Seite halt, ne? Wenn du jetzt hier bei alle Themen reingehst, hier gibt es kein, wenn du auf Support drückst hier oben und auf alle Themen, es gibt nirgendwo die Möglichkeit, irgendwas anzuklicken, dass du ein Ticket erstellen kannst. Das ist nämlich total versteckt. Das ist nämlich genau schon so ein Müll. Die wollen gar nicht, dass die Leute ein Ticket schreiben. So, ne? Wenn du jetzt auf Fehlerbehebung klickst, sagst du dir, langsame Geschwindigkeit, bla, bla, bla. So, und du kannst kein Ticket erstellen. Nur wenn du auf den Daumen nach unten drückst. Wenn du auf den Daumen nach unten drückst, dann kannst du einen Support kontaktieren, ne? So, das ist schon so ein Ding, wo ich mir denke, da musst du erst mal recherchieren, wie du überhaupt dich bei Starlink melden kannst. So, dieses Ticketsystem ist die einzige Möglichkeit. Ich bekomme keine Antwort. Das heißt, ich bin jetzt hier über 1.000 Euro los bis jetzt und habe nichts Funktionierendes, kann es nicht mal zurückschicken, weil ich kein Rücksendeticket bekomme, gar nichts, die gar nicht wissen, dass ich das habe und es funktioniert einfach nichts. Und was weiß ich, wann ich hier mal eine Antwort kriege? In den Reddit-Forum steht stellenweise, was von drei, vier Wochen und mehr, bis die eine Antwort bekommen. Manche bekommen nie eine Antwort. Ja, was machst denn du? Jetzt stehst du mit dem ganzen Gelumpe hier rum, nichts funktioniert, du kannst es nicht mal zurückschicken, die Kohle, die ist weg. Also eigentlich müsst ihr da Verbraucherschutz aus meiner Sicht eingreifen, weil das geht eigentlich so überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Und das finde ich auch von Elon Musk, von SpaceX, der hat ja auch da seine Hände mit drin. Ich glaube schon, dass der Herr Musk da auch einiges mitzureden hat. Und die schicken Raketen hoch, die schicken Millionen teure Sateliten hoch und dann sitzen da drei oder wie viele Leute sitzen da im Support-Sender und beantworten die Tickets. Es kann ja auch nicht jeder eine E-Mail hinschicken. Du brauchst bei denen ja einen Account und musst bezahlt haben, bevor du da überhaupt ein Ticket hinschicken kannst. Das heißt, so sehr viele können das ja nicht sein, trotz den offensichtlich massiven Problemen, die die haben. Wie gesagt, Reddit ist voll damit. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum das so gemacht ist und warum man hier letztendlich dann auch keine Hilfe bekommt. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht hat einer von euch ein ähnliches Problem gehabt. Es gibt ja weltweit irgendwie nur 400.000 Starlink-Nutzer. So viele gibt es da ja nicht. Vielleicht hat aber einer von euch irgendwie das gleiche Problem auch mal gehabt. Ich weiß nicht, ich wollte, ich musste das einfach jetzt mal loswerden hier und seid gewarnt quasi. Wenn Starlink läuft, dann soll es ja ganz gut funktionieren. Aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Support so ein Kernschrott ist, ein absoluter Kernschrott ist, das ist Kernschrott. Und damit steht und fällt auch die Sache aus meiner Sicht. Starlink braucht ja mehr Nutzer. Der will ja Geld, der braucht mehr Nutzer. Deswegen hat er das Starlink Roam jetzt auch eingerichtet. Das war auch der Grund, warum ich es mir gekauft habe. Weil es inoffiziell, laut Berichten von Leuten, damit global funktioniert. Es ist nicht mehr auf deinen Kontinent und auf deine Location beschränkt. Wenn es geht, wenn du es aktiviert kriegst, funktioniert es trotz, dass die Abdeckungskarte bei Starlink sagt, dass es im Iran, Mongolei nicht geht zum Beispiel, oder speziell das Mongolei zum Beispiel nicht geht, funktioniert es dann trotzdem, weil genug Satelliten oben rumfliegen. Aber nur inoffiziell. Du hast mit denen ja auch nie einen richtigen Vertrag. Die sagen ja, die können ständig alles immer ändern und du kannst auch passieren, wie du willst. Jeder hat alle Rechte. Jeder kann alles verändern, wie er es will. Genau. Und das ist aber halt auch mit das Problem. Die können ja jederzeit alles ändern, wie du willst. Wenn du dann zum Beispiel unterwegs bist und es funktioniert inoffizieller Weise und die ändern den Vertrag, dann kann es sein, dass es nicht mehr geht. Aber ich glaube, das ist gewollt. Inoffiziell funktioniert es weltweit. Die nehmen sich raus, indem sie sagen, nö, geht nicht. Wenn es dann trotzdem geht, hast du halt Glück gehabt. Rechtlich sind die dann wahrscheinlich raus. Und die Verantwortung, wo du es nutzt, was die Frequenzen angeht, das ist ja einfach nicht zugelassen in gewissen Ländern. Du kannst es aber trotzdem benutzen. Das ist dann die Aufgabe des Nutzers. Du hast halt, dann sage ich mal, letztendlich die Verantwortung. Wenn du erwischt wirst, bist du halt am Arsch. Die haben ja nicht gesagt, dass es da geht. Das war der Grund, warum ich es mir letztendlich gekauft habe und hier fest ins Fahrzeug einbauen will. Aber was das angeht, bin ich dermaßen enttäuscht. Und selbst wenn das funktioniert hätte und du bist dann unterwegs und hast ein Problem mit der Schüssel zum Beispiel, die hatten Softwarefehler und Hardwarefehler, dann weiß ich jetzt schon, da ist niemand, der mir in einem brauchbaren Zeitraum hilft, dass wir wieder Internet haben. Das nützt dir doch nichts, wenn du Monate warten musst, bis hier mal irgendjemand sich meldet. Und dann ist das vielleicht sogar eine Antwort, wo dir nicht geholfen wird. Vielleicht eine Rückfrage. Dann wartest du wieder drei Wochen oder was. Also jemand, der Raketen hochschickt, so viele Firmen aufbaut und nicht in der Lage ist, einen Support aufzubauen, der per Ticketsystem, wir reden noch nicht mal per Telefon, der per Ticketsystem innerhalb von ein, zwei Tagen reagiert, der hat mit seiner Firma komplett versagt, aus meiner Sicht. Der hat hier mit Starlink komplett versagt. Und damit wird er keine Nutzer animieren und motivieren, das Zeug abzuschließen. Sowas spricht sich ja auch rum. Man sieht es ja auch in den Foren. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin mit so einem Problem. So, lass es zehn Prozent der Leute sein, die irgendwelche Probleme haben und keine Antwort vom Support bekommen. Das ist viel zu viel. So, ich habe mich genug darüber aufgeregt, Freunde. Es geht hier bald weiter mit einem Video, was ich jetzt bald noch schneiden werde, wo so verschiedene Dinge an dem Fahrzeug gemacht wurden. Ja, genau. Und für die Mitglieder ist auch schon, wie ich das Solarzeug eingebaut habe und so weiter online, wer sich das gerne angucken möchte. Ja, dann Entschuldigung für dieses Rage-Video, aber jetzt geht mir es auch besser. Ich muss das mal rauslassen, weil ich mache es auch noch auf dem englischen Kanal. Ich glaube nicht, dass er oder die Firma das sehen bekommt. Das interessiert den in Scheiß-Dreck. Das ist klar. Interessiert den in Scheiß. Aber ich wollte es einfach mal rauslassen und auch mal meine Erfahrung, was das angeht, mit berichten. Weil, wie gesagt, es ist gut, wenn die Hardware schön ist, aber du niemanden hast, der dir hilft. Und das scheint ja schon seit Monaten so zu gehen. Das scheint ja schon immer bei Starlink ein Supportproblem zu sein. Also es wird nicht gefixt. Ja, dann, es nützt dir einfach dann nichts. Und das ist richtig ärgerlich. Du gibst dir so viel Geld aus und keiner reagiert auf dich. Also, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao, ciao.